Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 4. November. Heute gewähren wir Ihnen einen Einblick in das Freiluftatelier vom Künstler Herbert Galea. Es gibt die Highlights vom Eishockey-Spiel der VU Feldkirch gegen Laibach und Blät. Und natürlich gibt es auch heute die News und Wetterinfos. Seit den 80er Jahren entwickelte sich Herbert Galea zu einer bedeutenden Größe in der heimischen Kunstszene. Und wir haben ihn besucht und ihm mal etwas über die Schultern geschaut. Vernissagen im gesamten Bundesgebiet dokumentieren seit Jahren das kreative Schaffen von Herbert Galea. Nach mehr als 25 Jahren als Krone wird in Nütze das bekannt, besuchte das Ländle TV-Team den Künstler in seinem liebsten Atelier in der freien Natur im Garten hinterm Haus, wo er sich der Malerei von Herzen widmet. Einst konnte Herbert Galea nur seine karge Freizeit der Staffelei widmen, jetzt in der Pension natürlich je nach Lust und Laune. Es ist oft wie ein Ventil, weil gerade im Gasgewerbe, bis es früher war, habe ich sehr viel Stress geholt. Dann habe ich oft nach dem Stress, bin ich im Atelier und habe noch gemalert. Und oft bis zum Späten der Früh. Und in der Früh war ich wacher, als wenn ich mich gleich reingelegt hätte. Es ist einfach ein Abschalter. Und ein tolles Hobby. Zeitgenössischer Surrealismus. Ich frage mich, wenn ich wüsste, was das ist. Zu mir sieht man immer, dass ich so malen. Ich male einfach drauf los, wie es mir einfällt. Wie ich es gerade ziehe, vom Hintergrund raus. Und dann entsteht irgendein Bild. Und am Schluss gefällt es mir. Wenn es mir gefällt, ist es fertig. Wenn nicht, mache ich so lange weiter, bis es mir gefällt. In der Galerie im Gasthof Krone in Nützeders sind seine Werke unter dem Titel Surrealistische Kunst zu besichtigen. Die Besucher und Kunstexperten sind seit Jahren beeindruckt von den Werken von Herbert Galea. Den gesamten Bericht über den Künstler Herbert Galea gibt es ab Dienstag im Ländle-TV-Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages. Autobahn und City-Maut für Ausländer, auch in Österreich möglich? Wenn es nach der CSU geht, sollen nur Ausländer in Deutschland eine Vignette kaufen müssen. Was in Deutschland gilt, müsste dann auch bei uns möglich sein. Doch gilt das auch bei einer City-Maut für das verkehrsgeplagte Bregens? Vollerte hat sich in Bregens umgehört, was die Fahlberger von einer City-Maut halten. Ja, ich halte weder von der Einführung einer Maut in Deutschland noch von einer City-Maut etwas, weil sonst andere auch auf die Idee kommen und dann wir alle paar Kilometer Maut bezahlen müssen. Ein Zustand, den wir im Mittelalter zuletzt hatten. Ja, das wäre recht. Die sollten durch den Tunnel fahren und nicht durch den Bregens durch, oder? Der D-Säger. Also wenn die Deutschen sowas schon einführen, dann müssen wir sowas auch einführen, weil Gleichberechtigung für beide Länder, würde ich sagen. Weil ich kann jetzt so gar sagen, dass sie sowas einführen, dass wir zahlen müssen und wir lernen sie einfach bei uns durch die Stadt durchfahren. Dann sollen sie auch geratscht dafür, das sage ich jetzt mal. Das wäre nicht richtig. Sonst würde man in allen anderen Städten auch Vignetten verlangen. Das, was in Deutschland gedacht wird, das ist mehr eine bayerische Forderung. Und das finde ich auch nicht richtig. Deutschland hat eine andere Tradition. Deswegen sollte man in Deutschland keine Vignetten einführen. Also Ausländer von Ausländern Geld verlangen, weil sie auf deutschen Autobahnen fahren. Deutschland war schon immer exportorientiertes Land und das braucht Deutschland nicht. Und so braucht auch Bregens nicht gegen die Deutschen oder für die Deutschen Vignette einführen. Ob es zu einer Vignette für Ausländer kommt, wird sich zeigen. Österreichs Verkehrsministerin Doris Burres sieht darin einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz der EU. Und neues Zahlungsmittel im Walgau. Die Region Walgau erhält den Walgauer als neue ergänzende Einkaufswährung für 14 Walgau-Gemeinden. Offizieller Status des neuen Zahlungsmittels in Form eines Einkaufsgutscheins ist am 10. November beim Fraßtanzer Herbstmarkt und Martini-Markt in Bürs. Ein erfolgreiches Wochenende für die FBI VU Feldkirch. Eine Doppelrunde stand an. In der Vorarlberghalle trafen sie auf Leibach und Bläd. Einige Highlights vom Spiel sehen Sie jetzt. Was für ein Wochenende für die FBI VU Feldkirch. Zwei Spiele, sechs Punkte, Torverhältnis 22 zu 4. Angefangen hatte alles am Samstagabend. Im Rahmen der International Liga gastierte das Team von Slavia Laibach in der Vorarlberghalle. Die Slowenen hatten dabei nur wenig zu bestellen. Feldkirch im Gesamten einfach zu stark. Und deshalb am Schluss auch mit dem verdienten 7 zu 2 Erfolg. Ja, es war kein schönes Spiel, aber es war ein Pflichtweg. Wichtig, dass wir drei Punkte geholt haben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir das Wochenende sechs Punkte holen und sind wir auf dem guten Weg. Keine 24 Stunden später ging es in der Vorarlberghalle ebenfalls wieder rund. Und die Fans brauchten ihr Kommen auf jeden Fall nicht zu bereuen. Gleich 15 Mal schlug es im Gehäuse des Gegners, dem Haka Blädt, ein. Immerhin konnten die Slowenen in der Schlussphase noch zwei Ehrentreffer bejubeln. Ja, wir haben schon vorher gewusst, dass die bis jetzt alles verloren haben, glaube ich. Und ja, wir waren auf jeden Fall ein gutes Stück besser und es war ein verdienter Sieg. Und ja, es hat leichter ausgeschaut und war auch ziemlich leichter. Ja, natürlich, wir wollten auch zu Null spielen. Das ist uns leider nicht gelungen. Das ist ein bisschen bitter, aber sonst sind wir über das ganze Spiel gegangen. Mit Philinen, wie immer. Und ja, haben wir auch nach dem Spiel gestern noch genug Kräfte gehabt. Es wurde also viel geboten. Und auch Fans von Kampfeinlagen kamen nicht zu kurz in der Vorarlberghalle. Es war also einiges geboten. Das gesamte Spiel gibt es dann ab Dienstag im Ländle-TV-Wochenmagazin. Und weitere Meldungen aus der Welt des Sports gibt es nun im Überblick. Licht und Schatten für die Basketballer der Dornbirn-Lions. Am Wochenende setzte es zunächst eine empfindliche 56 zu 86 Niederlage gegen die Basketflames Vienna. Einen Tag später durften die Lions dann aber bereits wieder jubeln. Die Wörthersee-Piraten wurden mit 84 zu 70 nach Hause geschickt. Und die neuen Snooker-Landesmeister stehen fest. Nach tollen und spannenden Finalpartien im Rankler-Patricks holte sich Arno Schwarzmann den Titel in der Masters-Klasse. Marco Stoß kürte sich in der allgemeinen Klasse zum neuen Landesmeister. Soviel zum Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen haben wir jetzt für Sie. Seinen ersten Auftritt nach der Nationalratswahl in Vorarlberg absolvierten EOS-Chef Matthias Strolz heute Abend als VN-Gast in Schwarzach. Und präsentierte seine Ziele für die Landes- und Bundesebene. Vor 35 Jahren verhinderte eine Volksabstimmung die Inbetriebnahme des Atomkraftswerks Zwentendorf. In Vorarlberg sagten fast 85% Nein zur Atomkraftnutzung. Und Registerzählung, Vorarlberg wächst stark, hat im Bundesländervergleich die jüngsten Bewohner und einen kräftigen Geburtenüberschuss. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe LändleTV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut, tschüss. Am Abend und in der kommenden Nacht breitet sich neuerlich schwacher bis mäßiger Regen aufs gesamte Ländle aus. Die Schneefallgrenze sinkt bis Dienstagfrüh auf 1000 Meter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 bis 10 Grad. Der Wind wird mit 9 kmh aus Süd-Südwest. Nach letzten morgendlichen Regen- und Schneeschauern kommt es am Dienstagvormittag zu einer vorübergehenden Wetterberuhigung. Die tiefe Bewölkung lockert zwar auf, über den Bergen ziehen aber bereits wieder hohe und dicht geschlossene Schichtwolken auf. Vom Nachmittag bis zum Abend beginnt es von Nordwesten her neuerlich zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt bei ca. 1500 Metern. In der Nacht zum Mittwoch muss teils mit starkem Regen und Sturm auf den Bergen gerechnet werden. Am Mittwoch dann mäßiger bis starker Regen und am Bodensee sehr windig. Die Schneefallgrenze liegt um die 2000 Meter. Im Gebirge herrscht ein schwerer Sturm. Speziell in den klassischen Weststaulagen kommen große Regenmengen zusammen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 bis 10 Grad. Die Höchstwerte klettern auf 9 bis 13 Grad. In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter. Der Hochdruckeinfluss nimmt zu und es wird recht sonnig und trocken. Dazu ist es relativ mild. Die Null-Grad-Grenze klettert über 3000 Meter. Am Freitag dann aber schon wieder Regenschauer bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad. Die Null-Grad-Grenze klettert über 47 Grad. Der Hochdruckeklettert über 50 Meter. Von gettingoo Million Oder schon wiederoroereicherung Schneegen und homreieb�anga in Westson in Florida. Die Null-Grad-Grenze kre tant재 Central. Die Null-Grad-Grenze klettert überって, die wandel NEUfW wir dann stören. Der Hochdruckeklettert über 27 Grad. Die Null-Grad-Grenze klettert über 100. Untertitelung des ZDF, 2020